Also, irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Donald macht auch schon wieder Probleme. Da sollte ich mal eine Message hinsenden. Message to Donald. Aber jetzt war der Karneval in Köln. Die Frauen werden immer jünger. Und die wollen immer Bütze. Ich trinke ja kein Alkohol mehr. Aber das könnte man ja mal weingeistig sehen. Was ist eigentlich mit der Sturmtheorie? Ja, und dann meine ich, die Kirche hat auch Probleme, jetzt am Aschermittwoch gehabt, mit dem Aschekreuz. Wenn die Kirche jetzt mal ihren Missbrauch aufarbeiten will und sich modernisieren will. Da habe ich zu den Modeln gesagt, die ich da zum Kaffee eingeladen habe. Gehe bitte nicht hin, weil, äh, die könnte ich ja mal Sprügelack nehmen. Ja. Und sonst gehe ich eigentlich ganz gut bei mir so. Ein Mann muss ja eine Arbeit machen. Ja, und dann muss ich auch noch mal ein Bild malen. Weil irgendwo muss das Geld auch herkommen. Da bin ich schon mal zum Konto gegangen, ne, so bei der Volksbank da. Und da saßen da zwei Tauben. Ich sag Tauben, geht arbeiten. Als ich rauskam, waren die immer noch da. Da habe ich gesagt, ich habe keinen Euro. Und das andere Thema wäre hier die Gina-Lisa. Die Gina-Lisa ist ja auch so ein Problem hier, ne. Da habe ich die gemeint, hätte ich ja nicht abgeholt. Ja, das sah doch gut aus, ne. Das sah doch gut aus, ne. Das sah doch gut aus, ne.